Endlich zu Hause. Selbst nach sechs Wochen strahlt deine Farbe wie frisch koloriert. Ja, dank dem neuen Nutris mit doppelt so viel Pflege. Woche für Woche wird die Farbe neu gepflegt und strahlt daher bis zu sechs Wochen. Und graue Haare 100% weg. Das neue Nutris mit noch mehr Pflege strahlt die Farbe noch länger. Denk an dich. Gar nie. Wenn ich schnell perfekten Reis möchte, nehme ich die neuen Rezepturen der Köche von Uncle Benz Express. Schonend vorgegatter Reis. Frisches Gemüse, ausgewählte Kräuter, aromatische Gewürze. Sorgfältig zubereitet für puren Geschmack. Dampfversiegelt. Natürlich ohne künstliche Zusatzstoffe. Uncle Benz Express gelingt immer. Die Technikerkrankenkasse ist meine Nummer eins, weil die TK mich wirklich überzeugt hat. Ich rufe an und ich werde kompetent beraten und ich kriege sofort eine Information. Wir kriegen auch jetzt für die Kinder immer ein Schreiben, wenn sie zu den Vorsorgeuntersuchungen müssen. Bei Nina weiß man das immer noch, aber bei Lukas, da würde ich das dann immer schön vergessen. Vor einem Jahr habe ich mir das Fersenbein angebrochen. Ich habe so eine Orthese bekommen, heißt es. Und zwar so ein Gehschuh. Das war schon super, es lief auch alles reibungslos. Die TK ist meine Nummer eins, ganz klar. Kamera läuft. Mal probieren. Ja. Was machst du da? Lass dich überraschen. Und was wird das? Ganz was leckeres. Hey, was machst du eigentlich? Ich spüle nachher freiwillig. Aber nur mit Priekraftgel. Damit geht's ganz schnell. Eintropfen echte Spülpower und zack, alles sauber. Priel mit höchster Fettlösekraft. Willst du viel? Spül mit Priel. Henkel. Die Lösung gegen strapaziertes Haar? Die neue Tiefenrepair-Kur von Elvital Reparaturen Fülle 5. Mit Aktivserum. Repariert in der Tiefe und bekämpft die 5 Zeichen von strapaziertem Haar. Die Komplettreparatur in nur 3 Minuten. Ihr Haar ist intensiv gepflegt. Bis in die Spitzen. Elvital Reparaturen Fülle 5 von L'Oreal. 5 Probleme. Eine Lösung. Guck mal. Das ist der Koch aus dem Fernsehen. Der immer so auf Qualität achtet. Wie? Der macht doch die Ernährungsberatung. Bei dem muss immer alles ganz gesund sein. Der gibt die Spartipps. Der weiß, wie man mit Geld umgeht. Jetzt weiß ich's wieder. Das ist doch der berühmte Tennisspieler. Ja. Preve. Jeden Tag ein bisschen besser. Der schmerzempfindliche Szene kann Sie treffen wie ein Blitz. Listerina Total Care Sensitiv mit Intensivschutz. Macht da weiter, wo Zähneputz nicht ausreicht. Stärkt den Zahnschmelz auch zwischen den Zähnen. Hilft Zahnfleischrückgang vorzubeugen. Und schützt freiliegende schmerzempfindliche Zahnhälse. Neu. Listerina Total Care Sensitiv. Für schmerzempfindliche Zähne. Mundpflege total. Der neueste Jubelpreis bei Rewe. Lenor in der 1 Liter Flasche für nur 1,11 Euro. Gratis dazu zwei Fußball-Sammelkarten. Rewe. Jeden Tag ein bisschen besser. Ein Wellness-Tag wirkt Wunder für Sie? Diesen Effekt hat Coral auf Ihre Wäsche. Coral reinigt zuverlässig, schützt die Farben und verleiht dem Stoff besondere Anschmiegsamkeit. Das Ergebnis? Ihre Kleidung bleibt länger so, wie sie sein soll. Coral. Für Kleidung, die Sie strahlen lässt. Am liebsten hätte ich immer so eine lang anhaltende, intensiv glänzende Haarfarbe wie vom Friseur. Neu. Science Color. Von Friseuren mitentwickelt und getestet. Wochenlang lässt die Intensiv-Pigment-Mischung die Farben strahlen. Und das Beste? Ich bekomm's im Einzelhandel. Zu einem unglaublichen Preis. Neu. Science Color. Professionelle Haarfarbe, die man sich leisten kann. Ich möchte gerne meinen P***** Alra Turbo mit 21 Zoll Leichtmetallrädern zulassen. Zur Gesprächstherapie. Bitte zweiter Stock links. Leiden Sie an Statussymptomen? Erleben Sie Deutschlands günstigste Autos. Schon ab 6.990 Euro. Kommen Sie zum Aktionswochenende am 12. Juni. Zu Ihrem Dacia-Partner. Also meine Lieblingsfarbe, die ist bunt. Und die von Marie auch. Und manchmal wird's bei ihr halt aus Versehen noch ein bisschen bunter. Aber über Flecken, da mach ich mir keine Gedanken. Ich hab ja Persil-Color. Tschüss Flecken. Hallo Farben. Erleben Sie jetzt die reinste Farbfreude mit Persil-Color Gold. Persil. Henkel. Ich hab einen neuen Push-Up. Für die Haare. Hm, den könnte ich auch gebrauchen. Die Innovation von Schwarzkopf. Das neue Schaumer Push-Up-Volumen. Mit Push-Up-Effekt für 100% Volumen ohne Silikone. Mehr Push-Up-Effekt. Mehr Wirkung. Neu. Schaumer Push-Up-Volumen von Schwarzkopf. Professional Haircare for you. Juhu. Wenn's runtergebrannt ist und die Kohle glüht, dann werd ich zum Gourmetle. Riech mal das Fleisch. Die geschmolzene Kräuterbutter. Da werd ich doch Gourmetle. Hm, so saftig. Ein bisschen saftiger, ein bisschen raffinierter. Die Kräuterbutter von Megle. Ich bin ein Gourmetle. Manchmal hinterlässt das Leben Spuren. Bepanthen Wund und Heilsalbe heilt schnell und zuverlässig. Damit nur die schönen Erinnerungen bleiben. Bepanthen. Für eine heile Welt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Außergewöhnlich gutes Brot erkennt man am Geschmack und daran, wie es gemacht wird. Liken Urkorn. Aus guten Händen. Warzen sind kein Problem für uns. Dank Wartner. Wartner vereist die Warze bis zur Wurzel mit nur einer Anwendung. Bei Warzen vertrauen wir voll auf Wartner. Jetzt noch einfacher mit der praktischen Messhilfe. Neugieriger Tierforscher, der ganz hoch hinaus will. Kleine Erfinderin, denen vor lauter toller Ideen die Haare zu Berge stehen. Wofür sich Ihr Kind auch interessiert. Im Togo Clever Club ist es gut aufgehoben. Hier können kleine Entdecker spielerisch alles über große Tiere erfahren. Spannende Experimente mit den Togo Stars bringen einen Riesenspaß. Und das alles in einem sicheren und werbefreien Umfeld. www.togocleverclub.de Stell dir vor, du wirst ein Wunderkind. Schachmatt. Hochbegabt und zielstrebig. Olympiasieerin zu werden. Berühmter Autor und Regisseur werden. Eine berühmte Geigerin. Und die beste Solistin der Welt werden. Und was wäre, wenn tatsächlich ein Genie in dir stecken würde? Ein unendliches und erstaunliches Potenzial. Es ist schon klar, dass wir sie fördern müssen. Heute um 22.15 Uhr. Hilfe, ich hab ein Wunderkind. Und danach Superhirne. Von Natur aus genial. Morgen. Gassi gehen kann manchmal ganz schön nerven. Nimm deinen dämlichen Hund an die Leine. Erst recht, wenn es nicht der eigene Hund ist. In diesem Haus wohnst du, okay? Aber wie heißt es so schön? Hunde die bellen. Nicht da rein. Beißen nicht. Lass mich vorbei. Oh, was ist das denn? Was geht hier ab? Wessen Hund ist das? Herrchen wieder Willen. Morgen um 22.15 Uhr. Super RTL. Schön, dich zu sehen.